Hallo, marhaban und assalamu alaikum, meine lieben Freunde. Ich hoffe, es geht euch gut und dass ihr fleißig geübt habt. Nachdem wir mit dem Verben fertig geworden sind, kommen wir zu El-Ismil-Fail. Einige sagten Esmil-Fail, bedeutet auf deutsch Partizip 1, andere Nomen und dann kamen auch einige andere Leute, die was ganz anderes gesagt haben, die ich jetzt nicht merken kann. Ihr könnt es nennen, wie ihr es wollt. Auf Arabisch heißt es Is-Mil-Fail. Was das ist, gucken wir jetzt. Is-Mil-Fail holt man vom Verb. Also wenn wir das Wort zum Beispiel Lobpreisen haben, was auf Arabisch Hamida heißt, in der Vergangenheit. Dann fügen wir eben nach dem Herr ein Elif hinzu, wie wir das links sehen können. Links oben. Hamida, Hamidun. Der Lobpreisende. Also und wenn wir das dann wiegen mit dem Verb Fa'ila, dann sehen wir Hamida ist genauso wie Fa'ila. Für jeden Buchstaben ein Buchstabe oder das jeweilige gegenüber, was wir schon gelernt haben müssten. Und von Fa'ila wird dann Fa'ila. Fa'ila, Fa'ila. Hamida, Hamida. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Das ist bei den Verben, die drei Buchstaben haben. Jetzt die über drei Buchstaben haben, also vier oder mehr. Und es gibt nur Verben, die vier, also drei, vier, fünf oder sechs Buchstaben haben. Anderes gibt es nicht. Zum Beispiel Arussella. Was wir oben links sehen können. Arussella. Senden. Hier konjugieren wir das auf den, auf die Gegenwart. Und somit wird es dann Jursilu. Jursilu. Und dieses hier, was da rot ist, wandeln wir in ein Meme um. Mur Silun. Der Sender. Mur Silun. Und wenn wir das mit dem Verb Fa'ila vergleichen, ist Arussella genauso wie Ef'ila. Und danach konjugieren wir das in die Gegenwart. Dann wird es Juf'ilu. Wie Jursilu. Wandeln wir den J in einen Meme um. Und dann wird es von Juf'ilu. Muf'ilun. Jursilu. Mur Silun. Eigentlich ganz einfach. Und wer es noch nicht richtig verstanden hat, der braucht glaube ich nur einfache Übung. Keine Sorge, ihr schafft das alle schon. Nehmen wir noch ein Beispiel. Inkesara. Brechen. Da es mehr als drei Buchstaben haben, müssen wir in die Gegenwart gehen. Yenkesiru. Und das hier am Anfang wandeln wir in ein Meme um. Mun kesirun. Das Gebrochene. Und das wiegen wir jetzt mit dem Verb. Infa'ila. Infa'ila. Ist wie. Inkesara. Und dann wandeln wir das in die Gegenwart um. Yenfa'ilu. Wie Yenkesiru. Und den J wandeln wir dann in ein Meme um. Und dann wird es Mun fa'ilun. Das wiegen hilft dir, dass du dann mit den anderen Verben, die so ähnlich sind, das gleiche machen kannst. Okay, gehen wir jetzt zum Verb Yenkesiru. Um Vergebung bitten. Yenkesiru hat sechs Buchstaben. Deswegen müssen wir das in die Gegenwart konjugieren. Dann wird es Yenkesiru. Den J wandeln wir in ein Meme um. Mus tar'firun. Und er wird immer Dammel haben. Also U. Mus tar'firun. Jetzt wiegen wir das. Yenkesiru ist wie Yenkesiru. Und das konjugieren wir. Und es wird Yenkesiru. Yenkesiru. Und den Yenkesiru wandeln wir in ein Meme um. Mus tar'firun. Mus tar'firun. Der Umvergebung bittende. Somit sind wir mit dem heutigen Unterricht fertig. Und damit ihr es richtig verstanden habt, gebe ich euch eine Wasife, eine Hausaufgabe auf. Ein paar Sätze. Und ihr müsst dann den Ism al-Fa'il herausholen. Und den Verb herausfinden. Der Satz Al-Mu'allimu yashrahu al-Darussah. Der Lehrer erklärt den Unterricht. Hier haben wir Al-Mu'allimu. Der Lehrer übersetzt. Aber wenn wir es so wortwörtlich übersetzen würden, dann würde es Der Lehrende heißen. Jetzt habe ich euch gesagt, wo Ism al-Fa'il ist. Und es fehlt nur noch, dass ihr das Verb herausfindet. Und der Schüler schreibt im Heft. Eigentlich sollte hier klar sein, wo das Ism al-Fa'il ist. Der Direktor betrat die Klasse. Und sah die Sitzend und den Lehrer stehend. Schreibt mir die Verben, wenn ihr könnt oder wollt, in die Kommentare. Und dann kann ich euch korrigieren und weiterhelfen. Auch wenn ihr Fragen habt. Für diejenigen, die ein bisschen mehr haben möchten, habe ich ein paar Versen herausgeholt. Hier ist, also in diesem Unterricht ist es nicht wichtig, ob ihr es verstehen oder nicht. Sondern, dass wir vom Wort aus, von der Form aus herausfinden, wo Ism al-Fa'il ist. Die Sätze fangen wir von rechts an. Maliki yawmi d-Din. Muss eigentlich deutlich sein. Damit ihr hier auch schon wisst. Wie zum Beispiel bei Sadiqin. Für die, die das nicht wissen, das ist Jama' also das ist die Mehrzahl. Also lasst euch nicht irritieren, wenn ihr den Ism al-Fa'il seht. Und dann nachher auch noch Ya' und Nun sieht und dann sagt ihr, das ist das nicht. Oder Wa' und Nun. Und somit sind wir mit dem heutigen Unterricht fertig. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Kommentiert meine Videos. Schaut sie euch an. Teilt sie. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.